Viele Patienten der Kinderklinik müssen auf ein Weihnachten zu Hause und die schönen Traditionen rund um das Fest verzichten. Um die Kinder dennoch auf den Advent einzustimmen, gab es auch heuer wieder ein besonders süßes Highlight. Hansjörg Haag, Chocolatier der Tiroler Edlen, hat Patienten, Kindergartenkinder und Mitarbeiter zum Verzieren in die Kekswerkstatt eingeladen. Mit seiner Kekswerkstatt möchte er die kleinen Patienten ein wenig aufmuntern und auf andere Gedanken bringen und ein bisschen Freude verbreiten. Der Konditormeister hat frischgebackene Kekse, Zuckerguss und natürlich die beliebte Schokolade in die Kinderklinik mitgebracht. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Es wurde glasiert und getaucht, mit Marmelade bestrichen und mit Streuseln verziert, nicht ohne die Ergebnisse gleich danach auch zu probieren. Auch die großen Kinder machten sich fleißig ans Dekorieren.